Yes, Shoutout an die Urbane. Mein Name ist Konter, MC hier aus Berlin und ich kann euch nur ans Herz legen, unterstützt die Urbane, setzt euch damit auseinander, lasst nicht einfach die anderen Leute, die Faschos, die Nazis, die weltweit in den Parlamenten sitzen, die sogar Präsidenten stellen, Minister stellen, Polizeikontrollen in manchen Bundesländern hier in Deutschland haben, überlasst das Feld nicht denen, schließt euch zusammen und die Urbane ist eine dekoloniale Partei, eine antirassistische Partei, eine antisexistische Partei, die es gibt, checkt es aus, googelt uns, sucht uns, nehmt Kontakt auf und werdet bei euch vor Ort aktiv. Es ist jetzt in dieser Zeit so etwas von wichtig, dass wir uns zusammenschließen. Wenn ihr schaut, was weltweit passiert, ihr seht es im Internet, ihr seht es in den sozialen Netzwerken, aber das ist nur ein Abbild der Realität von dem, was wirklich da draußen passiert. Es ist unser Planet, unser Leben, also lasst es uns auch in die Hand nehmen, anstatt die Parlamente solchen Leuten wie der AfD zu überlassen.